Die Kids Austria ist auf Erfolgskurs und ich bin so unglaublich stolz, dass wir jetzt über 70 Aussteller haben und vor allen Dingen mit internationalem Potenzial. Wir sind so vielfältig geworden, nicht nur von der Produktpalette, sondern eben auch von den Ländern, woher die Produkte und auch die Aussteller stammen. Bedingt natürlich auch, dass die Einkäufer internationaler werden. Also wir wachsen. Wir sind jetzt, ich habe gerade nachrechnen müssen, wir sind zum zehnten Mal dabei. Es war von Anfang an die wichtige Messe für uns, regional vertreten zu sein. Aber mittlerweile muss ich sagen, mit Regionalität hat das hier nichts mehr zu tun. Die Leute kommen aus der Schweiz, aus Österreich selbstverständlich, aus Deutschland, aus Italien und für uns daher wichtig. Gut, es ist eine schöne Zusammenstellung von Herstellern in der Region. Gefällt uns gut. Ich bin das erste Mal da, aber Swandu stellt jetzt das zweite Mal aus. Gut, es ist eine schöne Zusammenstellung von Herstellern.